Viele von euch werden sicherlich sehr, sehr gute Laune haben, zumindest die, die mein gestriges Video geschaut haben und diesen Trade mit mir zusammengesetzt haben und nun auf einem Profithaufen sitzen. Leute, Glückwunsch an jeden Einzelnen, der diesen Trade mit mir zusammengesetzt hat und Profite dadurch erzielen konnte. Aber nun gut, was wird jetzt in den nächsten Stunden passieren? Was können wir erwarten? Worauf müssen wir achten? All diese Details werde ich in diesem Video ganz genau und detailliert erklären, so wie immer. Ihr könnt euch immer darauf verlassen, dass ihr mindestens ein Video von mir täglich erhaltet. Also deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert und somit könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up to date bleibt. Vielen Dank Leute und wir starten nun direkt mit unserem Bitcoin-Preis und zwar befinden wir uns jetzt gerade hier in unserem Bitcoin-4 Stunden-Chart und hier haben wir nicht nur eine Neuigkeit, sondern wir haben gleich zwei Neuigkeiten, die jetzt wirklich kurz davor stehen nach oben oder nach unten auszubrechen. Die Wahrscheinlichkeit, ob wir denn nun nach oben oder nach unten aussprechen werden, werde ich ebenfalls in diesem Video besprechen. Fangen wir direkt mit unserem ersten Pattern hier in diesem Bereich an. Gekennzeichnet mit diesen blauen Linien erkennen wir hier an dieser Stelle ein Broadening Wedge. Wir sind jetzt bereits vor einigen Minuten einmal bis zu dieser Widerstandslinie angekommen, allerdings haben es bis jetzt noch nicht geschafft, über diese Linie bzw. über diese blaue Linie hier an dieser Stelle drüber zu kommen. Ein Broadening Wedge ist ja bekanntlich ein Continuation Pattern, das heißt, wenn wir gerade einen bullischen Trend haben, ist es somit wahrscheinlicher, dass wir dann aus diesem Broadening Wedge nach oben hin ausbrechen. Wenn wir einen bärischen Trend haben, ist es somit wahrscheinlicher, dass wir aus diesem Broadening Wedge dann letztendlich nach unten ausbrechen werden. Und natürlich sollten wir an dieser Stelle auch unbedingt über das bullische, wirklich sehr, sehr bullische Preisziel hier aus diesem Broadening Wedge sprechen. Und zwar möchte ich euch das Ganze auch hier einmal einzeichnen. Wenn wir hier aus diesem Broadening Wedge nach oben hin ausbrechen sollten, wäre dann nämlich unser so bullisches Preisziel erst wieder bei 51.500 Dollar wirklich ein sehr, sehr bullisches Preisziel jetzt für die nächsten Tage. Natürlich sollten wir auch unbedingt abwarten, was jetzt in den nächsten Stunden passieren wird. Denn hier in diesem Bereich haben wir technisch gesehen ebenfalls ein bärisches Pattern. In der Theorie ist ein solches Rising Wedge eher bärisch als bullisch. Allerdings haben wir eine solche Situation in der Vergangenheit schon öfter gehabt. Und anstatt nach unten hin auszubrechen, sind wir aus einem solchen Rising Wedge nach oben ausgebrochen. Ich denke, die Chancen stehen aktuell gut, dass wir hier aus diesen beiden Pattern nach oben hin ausbrechen werden und dann letztendlich das Preisziel von 51.500 Dollar erreichen können. Und weil es so schön war, möchte ich hier gerne noch einmal über dieses Pattern zu sprechen kommen. Darüber hatte ich in meinen letzten Videos gesprochen und hatte ebenfalls prophezeit, dass wir möglicherweise nach oben hin ausbrechen werden und dann unser Preisziel bei 42.500 Dollar sein wird. Wir können hier klipp und klar erkennen, dass wir die 42.500 Dollar erreicht haben und sogar über diese 42.500 Dollar drüber gestiegen sind. Glückwunsch noch einmal an jeden Einzelnen, der mit mir diesen Trade gesetzt hat und Profite erzielen konnte. Wenn wir hier noch einmal auf den anderen Chart zu sprechen kommen, hatte ich ebenfalls diese orange Linie als eine sehr, sehr wichtige Widerstandslinie angegeben. Und ich hatte ja auch gesagt, dass wenn wir diese orange Linie hinter uns lassen können, dann werde ich einen neuen Trade setzen. Diesen Trade möchte ich euch hier an dieser Stelle auch einmal zeigen. Und zwar befinde ich mich aktuell mit meinem Trade in etwa 140% im Profit. Aber auch ihr habt die Möglichkeit, den nächsten Trade komplett kostenlos zu setzen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist diesen Link unten in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich Femax. Innerhalb von Sekunden habt ihr euch einen Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung, die unbedingt passieren muss, erhaltet ihr bis zu 1.200 Dollar, womit ihr euren nächsten Trade komplett kostenlos, komplett unverbindlich setzen könnt. Und anschließend erstens eure erste Einzahlung und zweitens eure Profite wieder von der Börse abheben könnt und auf eure eigenen Wallet ziehen könnt. Aber nun gut Leute, ich möchte ebenfalls über unser FIP Retracement Tool zu sprechen kommen. Wir können hier erkennen, dass wir uns endlich oberhalb von dem FIP Level 0.382 befinden. Dieses FIP Level lag bei in etwa 42.600 Dollar. Mein Worst Case jetzt aktuell wäre, dass wir erneut unter dieses FIP Level fallen und dann noch einmal unser FIP Level 0.236 antesten müssen, bevor wir dann letztendlich die Rakete starten können. Aktuell sieht es wirklich sehr, sehr bullisch aus in unserem Bitcoin Chart und ich hatte in meinen letzten Videos immer und immer wieder darüber gesprochen, dass wir möglicherweise ein solches Szenario in den nächsten Tagen erleben werden und genauso ist es auch gekommen. Die Leute, die meine Videos täglich schauen, werden das wissen. Vielen Dank Leute. Ich werde euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, hier über meine verschiedenen Social Media Channels. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Vielen Dank Leute. Das war es von mir für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin Chart passiert. Und somit könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer, aber wirklich immer up to date seid. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye. Bye.